Patrick? Ja? Tauschen? Ja. Nein, danke. Eine. Die Prediger, die Presse und die Politiker, die machen heute die dicken Geschäfte. Und die Mafia. Und du, Slim. Ich? Ich bin auch nur ein kleiner Mechaniker, der hier und da mal was dazu verdient. Für mich ist nicht jeden Tag ein Sonntag, nicht so wie für Jack. Jack? Wer zum Teufel ist Jack? Guten Tag, schöne Lady. Jack Moser. Ich suche Miss Simone K. Kommen Sie doch herein, Mr. Moser. Wie gesagt, ich suche Frau Alain Simone K. Haben Sie ein aktuelles Foto von ihr? Das Gottverdammt Schlechterste für einen Privatschnüffler sind. Frauen. Simone! Und eins sag ich euch. In diesem Geschäft war Jack Moser der verdammt Beste überhaupt. Knallhart. Er kannte die wichtigen Leute. Konnte Fragen stellen. Antworten finden. Entschuldigen Sie, Mr. Hä? Wohnt eine Simone K. in diesem Haus? Die Simone ist nicht bei mir. Kein Wunder bei dem, was du gestern schon wieder aufgeführt hast. Ich bin jetzt hier. Und jetzt geht das auch gleich auf der dritte Seite. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier dran. Ich bin jetzt hier. Ein Whisky wie immer? Natürlich Artie. Wieder in der Stadt, wie ich sehe. Geschäftlich, mein Freund. Und wie laufen die Geschäfte? Kommt ganz drauf an. Kannst du mir einen kleinen Tipp geben? Ich suche dieses Mäuschen hier. Lass dich von dem Typen nicht fertig machen, echt. Da kann ich Ihnen nicht helfen, Mr. Moser. Doch unter uns. Fragen Sie mal, Slim. Jakob! Du hast hier ein Glas Wasser. Du trinkst es jetzt. In 10 Minuten, wenn ich aufsperre, bist du weg. Hi, Slim. Hi, Jack. Alles klar, Mann. Kann nicht klagen. Und bei dir? Harte Zeiten, Mann. Harte Zeiten. Verstehe. Vielleicht kann ich dir hier mit ein bisschen weiterhelfen. Was brauchst du, Mann? Ich suche dieses Mäuschen hier. Du bist der beste, Schatz. Hier sind viele Mäuschen. Verstehe. Ihr Name ist Simone. Wo kann ich sie finden? Drüben im Park, Mann. Und? Ist sie allein? Simone! Simone! Nimm deine dreckigen Finger von der Lady. Das will ich bleiben lassen. Keine Angst. Es ist vorbei. Mein Held! Wollen wir einen Ofen rauchen? Da habe ich ein Gerät mit. Ja, aber garantiert. Du bist zwar ein Loser, okay? Mr. Moser? Mr. Moser. Ich brauche Ihre Hilfe. Simone ist verschwunden. Sie müssen sie für mich finden. Für 30 Dollar am Tag. Plus Spesen natürlich. Dann finde ich sie für Sie. für 70 Dollar am Tag. 5 Dollar am Tag. Eines, die zufrieden. Sollte... ... Untertitelung des ZDF, 2020